Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einem weiteren Let's Play von Volta Pop of Mr. Fandaria mit meinem dann stehenden Naruto. Die letzten drei Versuche ein Video zu nehmen sind gescheitert. Ich hoffe es funktioniert jetzt. Und jetzt sind wir gerade dabei die letzten zwei Gräts zu machen. Stehen kurz vor 62. Und wir haben wieder X-Ball aktiviert und jetzt kommen wir noch zurück. Ich habe das noch nicht tun. Ich habe zu wenig Energie. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, das läuft für sich. Demnächst werde ich auch ein paar Let's Play von Mikrosol machen, sobald das rauskommt am 24. März. Und natürlich werde ich mir auch die Erweiterung von Mikrosol kaufen, was demnächst zu eurem Zug kommt. Ob die Optik von Kandaren auch noch ein bisschen ändern oder ob das so bleibt. Das erfahren wir in den letzten Monaten. Das sieht immer noch aus. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Der Zauber ist noch nicht bereit. So, dann haben wir ja jetzt hier noch ein bisschen zum Metzeln. Was haben wir denn noch? Wir, äh, da sind wir es nicht. Und das sind wir es nicht. Dann müssen wir da hinten rein gehen. Zu dem Soldat da auf dem Pferdchen. Und dann rollen wir doch mal dahin. So. Ich bin außer Reichweite. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Das läuft immer noch auf. Das ist zu weit entfernt. So. So. Wenn wir schon mal dabei sind. Wenn wir uns direkt den, oder die nächste. Äh, dann werden wir die. Ich muss näher heran. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So. Ich bin außer Reichweite. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich muss näher heran. Die P kostet ja nichts, gell? Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Deswegen haben wir die alle mit. Die haben sind durchgegenkommen. Die krankreichen wollen. Die krankreichen könnten. Deswegen machen wir das jetzt mal so. Da kommt schon wieder ein kleines Werk angekommen. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich habe kein Ziel. Jetzt stell dir mal vor. Du hast kein Ziel. Es steht auch keiner vor dir. Die Jungs. Da sind die andere Kaläser für uns. Der ist schon ein bisschen einsichtig. Nja, nja, nja. Ich muss näher heran. Ich kann nicht mehr heran. Der Zauber ist noch nicht heran. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Und da kommt der Nächste. Die Magier. Ich bin außer Reichweite. Ich kann das noch nicht tun. Dann ist er schön, wenn wir weiterkommen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So. Das ist zu weit entfernt. Ich kann das noch nicht tun. Ja doch. Ich bin außer Reichweite. Ja. Ich kann das noch nicht tun. So. Immer noch ein Wälder. Okay. Ich bin außer Reichweite. Oder. Sicher. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das noch nicht tun. Ich bin auch nicht bereit. Bisschen halb. Ich bin außer Reichweite. Wie kann das noch nicht tun? Noch nicht bereit. Vielleicht. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann diesen Zauber noch nicht sicken. So. So. Weg ist er. Dann gehen wir mal zu dem nächsten. Ähm. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja. Hält immer vor. Ich muss näher heran. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit, das lädt immer noch auf. Naja, das hätte man immer selber geheilt. Ich mache das auch mal auf die anderen zu produzieren. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann diesem Zauber noch nicht ziehen. Ich kann das noch nicht tun. Nicht genug innerlich. Ich habe kein Ziel. So, das ist schon das nächste Mal hier. Das nächste Mal hier. Der Zauberer. Jetzt sind wir noch die drei Soldaten. Mit den Tomaten. Auf die Augen. Ich bin außer euch weiter. Ihre Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. So, das ist schon ein Ziel. Wo sind die Bade? Da ist ein Mamanoco. Aber ein B ist okay. Okay. Ah, okay. Wo ist er zu hören? Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das nicht tun. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Ja... Auf jeden Fall habt ihr was geschenkt, eine Rose oder so, oder so ein Schein, eine Held, ein Deutsch. Schreibt doch mal in die Kommentare. Grüß Gott. Und, was werdet ihr Karneval machen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich mach es nochmal. Ich bin außerhalb weiter. Ich glaube, dass ich mich sehr interessieren muss, dass ich gerade weiß, dass ich die Kamera will, seit zwei Jahren. Ich wollte mich nicht mehr lange noch zu warten, die Leute gehen. Das ist kein Spaß, wenn so jemand für den Sphären. Ich will gerne, ich will die Sphären, ich will die Sphären, ich will die Sphären. So, das ist die Chance. So, wir werden da jetzt, so, wir müssen aber noch nicht den Sphären. Wir müssen da mal gern sich selber wieder batterieren oder so. So, das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann diesen Zauber noch nicht stiften. Noch nichts bereit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, ich werde da ins Höhe. Sonst werden wir auch noch nicht drücken. Okay, ich werde da noch nicht drücken. Ich werde hier. Das ist zu weit entfernt. Ich werde da noch nicht drücken. Und jetzt drücken wir die Sphären, die ist klar, ich kann das noch nicht tun. Ich will das immer noch nicht drücken. Einmal in der Strecke? Wer ist das denn? Wer ist das? Ah, ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Okay. Ich brauche ein Ziel. Geht der 1? Nein. Geht der 1? Ich muss noch nicht an. Ich muss noch nicht an. Ich muss noch nicht an. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht an. Diese Fähigkeit ist noch nicht an. Ich brauche ein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Ich kann das noch nicht tun. Das löst immer noch auf. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Ich muss näher heran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ah, jetzt sind alle bereit. Jetzt können wir wieder los. Und die Quastrate haben wir schon. Ich bin auch gut geschickt. Aber... Wie ich schon erklärt habe, ging das Programm ja nicht. Wir haben deswegen... Ich kann das so voll so machen. So. Dann haben wir mal... Ein Level... Äh... Ein Level ohne... E-Things gemacht. Oder? E-Things. Oder? Nein... E-Things. Ist es schon? E-Things. E-Things. Da steh'n bisschen Bescheid, so, aber... ... noch nicht bereit. Ich habe zu wenig Energie. Schnell da da die Tür. Schnell da da die Tür. So. Geben wir die ab. Nehmen wir dann welche an. Und um, müssen wir noch gut gehen, so. So. Ob man nach Eulen, oder nach Eulen... So. So. Das ist wichtig. Über den Atmen. Und auch in die Mana-Troft. Und so, noch zwei Lippelchen. Und dann nochmal jeweils Speed-Up dran. Und dann machen wir da richtig... ... den Kumpel, der... ... macht dann... ... das ist dann nochmal hier... ... äh... ... bisschen helfen... ... im Level. Hier. Blut und Dara. Okay. Wir gehen dann auf die Zwei hier ab. Wetten welche Resten. Und... Ich bin von den Verlassenen. Unsere Zeit wird kommen. Hm. Raus damit! Ich glaube ich ihm das jetzt glauben. So. Sonst haben wir die Schweine schon nachgegeben. So. Ich glaube nochmal, dass diese Folge eine Folge... ... nennt nur Christen. Das ist auch mal was Interessantes. Da hinten ist alles schwarz. Äh... Es ist eigentlich voll ein bisschen im Kausch. Aber... Naja. Egal. Ja. 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 Und dann... Und dann ist alles etwas ein bisschen... ... in die Zauber machen, das ist... Ich kann das noch nicht tun. Nee. Ich kann diesen Zauber noch zu sehen. Ich kann das noch nicht tun. Ich brauche ein Ziel. Ja. 안�اح Voices 2. Ich hoffe, dass du das immer so schön sagst, ja? Ich lebe hier im Zoo. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Wir werden so... Noch nicht. Wir müssen jetzt von dem Schmied da so nach Waffe kommen. Ich bin außer Reichweite. Ja, dann erwarten wir jetzt mal. Nur weil du es kriegst. So. So, ist der Schmied. Und der lässt sich nur seine Kacke aufbauen. Der respawnt auch schnell. Ja, dann können wir ihn ja noch nicht mehr drauf. Aber... Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ja, wir werden gleich wieder weg. Ich habe noch ein... Äh, also... Äh... Das war nicht so schnell. Ich habe die Nummer schon noch. Jetzt machen wir die auch noch an. Morgens. Bis dann, dass wir ein Feuerchen machen. Einem Schwedefeuerchen. Verstehst du nicht? Ja, ich werde nicht. Jo... Ja, ich werde nicht. Und das war noch ein bisschen. Zwei Schiegel mal dazu. Und dann... Wupple. 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 Ich habe da. Das ist ein... Jetzt sieht man direkt das hier an, und das geht jedes Mal ran. Nee, steht nicht. Ja, ich will die jetzt machen, wenn man euch zugestellt hat. Dann bleiben sie da stehen, und dann halten sie die Fernkärche. Würde ich auch mit meinen Magel so machen. Nee, war auch nicht so. Oh, komm. Okay. Wir sollten mehr da dran gehen. Wenn wir die gleich gemerkt haben, werde ich, so spiele ich immer noch die Dings. Damit ich das schon mal gespielt habe, und das ist auch viel in Werte. Also, dann können wir dann jetzt wieder die Wackelchen nehmen. Also, die Gaffee ist noch nicht bereit. Wo machen wir jetzt noch mal Poco rein? Dann haben wir wieder das Wecklchen. Da muss man da hinten zu der Hitze hinlaufen. Ich glaube, zu dem Stall. Ja, der Stall wird dann da verbrannt werden. Ich glaube, das wird auch von mir gebrauchen. Kann man da ein bisschen Fleisch und Geräusche ziehen? Ich glaube, das ist noch ein bisschen geäußert. Ich glaube, das ist noch ein bisschen geäußert. Ich habe ihn geäußert. So, die Händen zu machen. Ja, ich glaube, okay, wir rollen. Das ist ja. So, das ist noch ein bisschen geäußert. Und dann, das schnell zu sehen, wir das zurück. Der Stall. Nein. So. Wo? Wo ist das? Wo ist das? Das ist wirklich gut. Wenn jetzt einer vor ihm stehen würde, wäre er durch. So. Die Stern haben auch angekündigt. Und jetzt wird er direkt angesprochen. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann diesen Zauber noch zu geben. Noch nicht bereit. Ich habe zu wenig Energie. So. So. Ich verstehe ihn. Jeder der brauchen möchte. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Das lässt immer noch auf. Noch nicht bereit. Wir wollen der Ordnung festen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen rein. Weil es gut ist. Der Zauber ist noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann diesen Zauber noch nicht tun. Ich kann diesen Zauber noch nicht tun. Ich kann den Zauber noch nicht tun. Ich kann den Zauber noch nicht tun. Ich kann den Zauber noch nicht tun. Ja, diese Fähigkeit ist wirklich nervig. Aber das muss man machen. Okay. Ich hoffe, das wird erst mal später mit der Enden. Noch mal. So. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das ist noch nicht bereit. Das fällt immer noch auf. Einer ist jetzt noch mal wieder die Klappe schnell und dann auch ganz direkt der Nächste, dann können wir damit wieder ein Klappchen bekommen. Wir haben zwei hoch, wir werden noch mal eine Entschuldigung, ne? Wir werden noch ein Klappchen kommen. Da liegt ja wunderbar, dann können wir die auch weiter direkt entziehen. Dann wäre ich davon hochgeregt, ne? Endlich normal, leute, ne? Und bei denen sind die Klappchen auch nicht mit Spar-Volt, Spar-Volt, ne? So, die Däne gibt's nur Kommando Garten und Kommando Bauten. Kommando Bauten. Kommando Bauten. Ja, alles klar. Ganz ruhig. Da ist die Zeit. Was ist denn so? Was ist denn so? Ne? Was ist denn so? Und jetzt? Oh, da läuft ja der Bremse und jetzt so. Ja, ne. Ja, ne. Jetzt wird's auch gekriegt, auch Wolter brennt. So. Wir müssen schon mal weg, Lidia. Und wieder ein Tiefelchen. Wir werden direkt dabei. Soll ich die? Den da auch noch. So, wie soll's nicht so da an der Feuerwand nehmen? Weil... Okay. Okay. Ich muss noch mal weg, aber... Ich muss noch nicht weg. Und dann ist der Bremse. Aber... ...unserer Bremse ist bereit. Ich muss noch nicht bereit sein. Oh, ich komm hier! So. Da sind ein paar Blisse hinterher. Ah ja, da Blitze! Ja, da Blitze! Ja, da Blitze! Ja, da Blitze! Ja, ja! So! Da stehen auch wieder ein paar GP-Spender dabei! Sprechst du nicht? Okay! So, warte! Okay! So! Jetzt ist doch gleich der Hand! Ich habe das noch nicht gut! Also ich habe das noch nicht gut! Ich gebe zu, ich kann das Spiel noch nicht richtig gut spielen! Aber... ...dass ich habe das noch nicht gut! So! Dann ist die Karte! So! So! Ich steige wieder hin und schon gut! Und jetzt? ... ... ... ... ... ... Wenn wir die Wettmeister alle anbauen sind... ... ... ... ... ... ... ... Und jetzt kommt man die Haube nach dem Herzen. Wie macht das Ausdruck? Da kann man ja sagen, das ist ein Schwert, das wir eben gepflegt haben. Wo wir gesagt haben, wo ist die Welt da? Da kann man ja sagen. Da. So. Jetzt kommt man ja. Mach mal an. Zündo. Zündo. Ne. Stehen wir uns. Ist der Leine auch am Däumen? Und jetzt? Noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ich kann das noch nicht üben. Das ist zu weit entfernt. So und dann so. So. Was machen wir jetzt die nächste Haube hier? Wie kommt der? Das hier. Haube? Ja. Haube. 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 Jetzt können wir das auch besuchen. Das Haube ist in der Befugung. Dann gehen wir das mal rein. Haube. 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 Aus passions naar het entrepreneurial. Sie omissionen bestätigen. Ja.. Ich muss näher heran, das ist zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Die Gelegenheit ist doch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Der Zauber ist doch nicht bereit. So. Was ist das? Das ist nicht. Ja, ich sitze hier da oben. Komm her, zumindest. Die Schiff. Komm, ich könnte was mitzumachen. Er ist jetzt nicht. Der Zauber ist doch nicht. Der Zauber ist doch nicht wert. Der Zauber ist doch nicht wert. Ich kann das noch nicht tun. Kleiner Pemmachrober auf dem Weg. Da ich glaube, dass es nicht fehlt. Was ist das? Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Nö. Stell dir das für. Bledi und mit mir. Das sieht noch aus hier. Ich schlaufe dann auch mit etwas als Triton. Ich schlüp dir dann nichts von Grimmis. Also ich bin in der Mitte, und dann soll ich mich rein. Das sieht schon aus. Jetzt kann ich mich rein. Ich bin ein Neger-Flyzehn und unsere Einen. Spiele noch meinen Teil. Also du kannst du schlafen, schlafen. Ja, das ist gut. Es soll sich nicht wissen. Das ist schon richtig. Aber ich muss mich nicht ernst nehmen. Ich muss einijden, das wissen, was ich mir nicht zu tun. Hallo! Hieros ist es jemanden. Jetzt geht es nur noch einmal. Ah! Es tut es schon, es tut es schon! Nooo! Noooo! Ähm, der estaban vor, dass sie einen Moment haben und sie haben gesagt, dass sie einen Ich bin außer Reichweite. die und er die 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 Ja, um mich aufzunehmen. Dann wäre ich noch am saubern. Ich bin sauber am Heim. Das wird demnächst. Schließt mich. Schließt mir den hässlichen Typ da. Und dem hässlichen Feuer kommt. Noch locken. Ne. Ähm. Ja, das geht noch nicht. Das willst du mal jetzt machen. Du musst zuerst etwas anvisieren. Schließt mich. Jo, was machen wir denn jetzt? Geh noch in den leeren Draht. Und suchen da etwas blicken. Durch meine Richtung wieder. Da müssen wir mal gucken. Ist ganz. Ganz schön. Ungehoben. Gesticht. Durch die Laufe durch das Feuer. Wie die Algariten vorbei. Oder die Soldaten. Ja, ja. Hm. Ich mach die. Ja, ja. Geh noch. Nein. Ja, ja. Nein. Jetzt komm mal jetzt wieder auf die. Aber jetzt mach die das nicht. Jetzt mach mal mehr. Nein. 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 Ich verstehe, hm. Äh, so. Ja, und bald so ab dem, äh, ab Weiberkostnacht, ab dem 37.2. dann, äh, auf einmal alle, die hier in Völlen wohnen oder die nach Völlen von Völlen sprechen. Komisch, ne? Ich verstehe dich, hm. Ja, hör doch, so. Äh, ich mach mich gleich mal... Oder wie kann ich zum Beispiel ein Drittel, Zweiter, ist hier, hm. So. Nur durch die ganzen Dämonen und so, da haben wir nichts weiteres zu tun. Äh, nein. Dann machen wir's anderes vielleicht, also haben wir nichts besseres zu tun, nein, weiß ich. Das war natürlich nur ein Weg zu rufen, mein G2. Das ist zu weit entfernt. Ich muss mir die längere Arme machen. Dann kommst du drauf, dann, ne? 2 Splitter. Alles was ich töte. Da ist gut. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Und direkt über die Kugel von Schwenker. Weißer ins Gras. Okay, hier ist kein Zuge. Okay, dann weiß er den Stein, aber... Ja. Nee, da hat er ja nicht. Dann durchscht das noch nicht bereit. Ach, okay. So. Schnecke, bitte. Ich kann diesen Zauber noch nicht wissen. Ich kann doch noch nicht tun. Ich kann doch noch nicht tun. Ich kann doch nicht tun. Und wieder 3 Splitter. Nee, nee, der Allianz hat sich gleich später. Nix. Finger weg. Wursch, wursch. Meine, meine, meine. Hox, 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 hox. Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Das lädt immer noch auf. Das lädt immer noch auf. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Weg. Geht so jetzt. Hox, weg hier. Echt. Ich muss näher heran. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Das lädt immer noch auf. So. Das ist das. Der hat den Stütter. Der hat den Stütter. Der hat den Stütter. Der hat die Bauch. Das lebt immer eine Handlung. Also sollte ich nicht auch nicht. Auch die Stütter. Das hier ist. Eine der. So. Der hat den Stütter. Die Stütter. Die Stütter. Die Stütter. Die Stütter. Die Stütter. Der hat den Stütter. Der hat den Stütter. Die Stütter. Das ist weg. Die schmücken einfach hier rein. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ja, einfach mal. Nicht allein. Nicht allein. Steht für dich. Was haltet ihr eigentlich von LoL vor dem Spiel? Ich halte nichts mehr davon. Wiederholt sich jedes Mal. Die Leute, die ich kenne, sollen mich nicht dazu überregen, in dem Spiel zu spielen, weil irgendwen mit zugeht. Macht immer wieder das Gleiche. Und wenn man dann nicht so gut unterwegs ist, dann werden wir direkt verblüfen. Ich kenne das so. Ich habe die Fähigkeit nicht bereit. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann einfach mal in den Hand weiter gehen. Ich bin außer Reitweite. Das ist zu weit entklar. Ich werde das noch nicht hoch. Ich werde das noch nicht hoch. Aber ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay. Kann ich mir den Tügechen hinterlassen? So. Ah, treu für ihn. Ja, das ist so, es geht hier. Dann müsst ihr mal sehen, wenn es direkt sein wird, ist es schon ein richtiger Ingebang. Das kann von der Boskom dann bisschen länger dauern, als 15 Sekunden. Nee. Dann schreiben hier überall so kleine... ...jadefläßchen, kugeln und schwären. Ich kann das noch nicht tun. Gern mal reinbekommen. Wer scheint hier? Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Noch nicht bereit. Das löst immer noch aus. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So. Und das haben wir jetzt reinbekommen. Haben wir nicht gemerkt. Wir müssen immer ein bisschen streiten. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Vielleicht wird er geschlossen. Oder auch. Noch ein Stückchen. Wann geht es nicht? Okay, jetzt kommen wir rein. Auf den Schleischstein. Das ist zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Das ist aber die Fähigkeit. Ich kann das noch nicht tun. Ich habe kein Ziel. Ja, das ist mir bewusst. Weil das Ziel jetzt gut ist. Weil es geschaufen ist. Weil es nicht mehr lebt. Weil, äh, ja. Ich bin außer Reichweite. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. So, nach dem Stück. So. Und dann gucken wir nochmal an unserem schlebenden argelchen E-Pilz. Argelchen E-Pilz, oder? Ich kann das noch nicht tun. Das lädt immer noch auf. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich brauche ein Ziel. Dann gucken wir mal auf den Weg. Dann wollen wir uns schneller da hängen, bevor die Flasche wieder ausläuft. Dann kommen wir jetzt bitte. Ich schlöre mal vor. Ich schlöre mal vor. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Dann ist der nächste Schritt. Ja. Ich schlöre mal vor. 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 Anmöglichst die Lebewesen. Ich bin direkt einmal zwei Stück abgewandt. Jetzt kommt ins Letzte. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Sein Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch aus. Ich kann das noch nicht tun. Ich würde mir wünschen, dass es einen Enden dafür gibt, dass man dieses... ...der Metagy-Ziel... ...und ich vermass mich auch so ziemlich nervig von... ...abschalten könnte. Vielleicht könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Das wäre sehr nett. So. Gehen wir wieder in die Richtung. Und ich hoffe, dass es gefällt wird. Die Videos von mir gefallen euch. Und deswegen könnt ihr die ja mal kommentieren. Ihr klickt ja schon fleißig. Hab ich ja jetzt schon gemerkt. Schon ungefähr immer 100 Leute. Auch wenn es vielleicht nur einer ist. Wir werden mal sehen. Und ja. Es wäre schön, wenn ihr die da kommentiert. Sagt, was euch gefällt oder nicht gefällt. Damit ich sehe. Ob euch das gefällt oder nicht gefällt. Und ja. Dann könnte man ja auch mal... ...den wir noch mehr sehen. Ja. Dann könnte man ja... ...abonnieren lassen. Ja. Dann würde das ja auch mal... Ja. Also das wäre sehr nett. Ja. Verstehe ich. Ja. So. So. Guck mal nochmal. Auch mal hier. So ein schönes. 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 Da oben. So. 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 Ich lasse mir das drinnen, aber ich hoffe, ich schreibe es nicht mehr an. Was ist denn jetzt? Was hat er ja jetzt nicht gebraucht? Auge, Auge, Auge. Wollen wir mal die neue Tatsache auch? Let's finish life. Oh, was ist denn da? Ich muss nur noch das Sammeln. Ich glaube, ich schreibe noch ein Mal. Nee. Wo und wo hier? Haben wir noch ein bisschen Personen für die nächsten paar Episoden? Episode 1, 2, 3, 4, 5 und 6, ne? Wir haben eine kleine Anstiebung. So, das Kriegsrand machen wir jetzt. Und jetzt... Geht mal hier noch die Krüfte ab? Nee. Thrall Hall. Thrall Hall. So viel. Für die Horde. Für die Horde. Nee. So, 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 so. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Euer Yoshi. Ciao.